Jo Leute, Moskelhaup und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute merkt das, rede ich mal ein bisschen wienerisch, weil ich einfach das so gern hab. Und zwar mache ich heute ein Reaction Video von der Wolf. Mal schauen, was der da so hat halt von so einfach ein Reaction Video, was ich da mache. Ich weiß jetzt nichts. Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich glaube, viele haben es mitbekommen. Ja, sie haben es alle mitbekommen von euch. Wenn ihr das Video von Unix geschaut habt, dann... Also mein, also mein, dieser Unix, der muss ganz allein und ein YouTuber sein, weil sonst würde der nicht dauernd immer von dem reden, ja. Ist einmal nicht schlecht, wenn man das weitergeht. Ah, tschüss. Thanks Unix, das ist der... Aha, die Musik von Hintergrund, ja. See you again, okay. Muss einmal allein, wenn der Schein einmal reinhauen, in den Hintergrund. Schaut da auch Reimund aus, okay. Ja, tschüss, ja gut, oder? Alles klar. Ähm, danke Unix. Auf jeden Fall Leute, es werden viele von euch mitbekommen haben, wenn sie bei Unix am Kanal schauen. Was passiert ist? Also definitiv, ich werde mal da eine schon bei Unix bauen. Ja, also dieser Wolf99, also der hat mir ja schon erzählt, dieser Wolf99, wenn ich mir den bin ja befreit, und so war. Der, der schaut immer von dem Video so, auch von Heiler 2 und wie die ganzen anderen halt heißen, wie Nice Panda und, ja, der, schauen wir mal, was das Video, also das heißt nochmal das endgültige Ende von Treffkraft. Ich will jetzt nicht sagen, aber schaut, ich wollte jetzt nochmal alles zeigen, habe das Ganze auch mit trauriger Musik unterlegt, einfach, weil ich es halt schon schade finde. Ja, ja, hier, diese Farm, ey, ja, alles umsonst eigentlich gebaut, weil, und jetzt kann ich auch das nochmal herzeigen, die haben mit Chests, weil sie eh wüschtest, dann nicht mal alles raus, weil vielleicht komme ich ja irgendwann mal auf dem Server, das Evito vielleicht alles, was wir in jedem Tag verlieren werden, wer weiß, wer weiß, keine Ahnung, Evito ist ein bisschen inkompetent. Mach ich jetzt nicht böse, zeig ich jetzt nur mehr so. Evito ist safe call, auch unter dem Video kommentieren, wenn ich safe call unter dem Video kommentiere, ist mir ziemlich egal, ja, dann dislike das Video, ist echt ziemlich wurscht. Ähm, ja, so, das hatte ich ja alles noch, sei es drum, mein lebt ja. Also, schade, dass das das letzte endgültige Ende von Drivecraft ist, oder, dass das das oberste Ende ist, halt von dem Spiel wahrscheinlich, ich finde es halt schade, aber, was ist machen, ist leider so. Man merkt, ja, ist gut, mein neues Video, wird mir wahrscheinlich zu egal. Man lebt weiter, ich hatte auch so viel geile Rüstungen und alles, irgendwann gibt's davon sogar noch ein Video, wo ich halt ganz viele Rüstungen hier hatte. Also, ich hatte vier Rüstungen, fast komplett hier, alle, nein, nein, die wurden nicht geklappt, das hört sich jetzt vielleicht so an, aber, jetzt weiß ich mal. Die Eil-Symbol-Empfarm, die ist zu geil, also, die hat richtig geil funktioniert. Diese Eil-Symbol-Empfarm, ich hab die, ich liebe die, ehrlich, weil die ist so geil. Die funktioniert auch wahnsinnig gut. Gehen wir mal in den Spectator. Weil, es ist besser im Fall. So, Unix-Service-Arbeit stehen und dann wird alles besser. Hier kommt noch hoch. Und übrigens, ich bin gerne für Gespräche bereit, der Einzige, der auf meinem Kanal gewandt ist, weil... Also, der ist der Warratt für Gespräche, okay. In den kommen wir rein, okay. Toll. Momentan ist Heiler. Die Grüße gehen draußen an dich, du weißt, bist du oder gewandt bist, ich will's jetzt nicht weiter erläutern. Egal. Ja, dann würde ich sagen, danke für eine Staffel 2 von Treffcraft. Es ist Treffcraft, ich weiß nicht, aber das ist, wie jetzt Unexperated Life heißt. Das heißt, das heißt, das ist das Ende von Staffel 2 und... Und ja, vielleicht kommt noch eine dritte, aber ich denke mal, dass das nur das Ende schon ist. Ich weiß nicht, warum ich Pott B heiße. Ist so... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das heißt. Ich kann mich vielleicht immer erklären. Schade, 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 schade. Ich habe nie wirklich viel erkundet. Ja, ich meine, es ist schon geil, dass ich jetzt mit Unix dann aufnehme. Und ja, Leute, er hat deutlich mehr Abonnenten als ich, aber darum geht's mir jetzt nicht. Er ist ein netter Mensch, also, bevor jetzt irgendwer, wenn ich irgendwas in den Kommentaren lese, Ja, du nutzt hier nix von Ausfalle mehr, aber ne... Leute, wow, dann sagt mir das nächste E-Mail, wow, ja, keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Ich glaube, ihr wisst, dass ich mal... Ja, Leute, dann danke für einen Staffel 2 von Treffcraft. Schade. Und Leute, dann danke fürs dabei gewesen sein. Ein letztes Mal von Treffcraft, wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht... Wird's auch was anderes noch sein, vielleicht wird's auch anders, keine Ahnung. Leute, dann ein letztes Mal danke fürs dabei gewesen sein und tschau, Leute. Ja, jetzt hat er sich schon... Gut, okay. Wow, das ist jetzt das endgültige Ende von Treffcraft. Hoffentlich hat euch das Video gefallen, dass ich jetzt so zum Wienerisch schon mal geredet hab. Gebt ein Daumen nach oben, schreibt in den Kommentaren, wenn's euch gefallen hat und... Ja, gebt ein Like. Daumen nach oben, Kommentaren schreiben, wenn's euch gefallen hat und... Dann... Bis. Also, ciao.